Hallo, mein Name ist Dedu und ich leite ein Pop-up-Yoga in Zürich. Was mir im Yoga und in meinen Yogastunden besonders fest auffällt, ist, dass der Effekt primär vom Yoga auf die meisten Leute ist, dass sie ihren Körper wieder besser spüren. Durch das Yoga merken viele Leute, wie fest sie im Kopf leben und gar nicht in Verbindung stehen mit ihrem Körper. Vielleicht fühlst du dich auch gerade angesprochen und sagst, ich kenne das ein wenig, ich bin auch eher ein Kopf-Mensch und höre weniger auf meinen Körper. Bei vielen Leuten ist es aber auch so, dass sie sich das gar nicht bewusst sind. Darum möchte ich heute kurz mit dir diese Themen anschauen, dass du dir bewusster wirst, ob du zum Teil zu viel im Kopf hängst oder ob das eine Einheit ist und Kopf und Körper zusammen arbeiten. Weil genau das wollen wir, dass Kopf und Körper, respektive dein ganzer Körper im Einklang sind. Wenn es viel Energie im Kopf ist, das heisst, das merkst du in dem, dass du wirklich ein extremer Kopf-Mensch bist, alles rationalisierst, aber auch zum Teil merkst du, du kommst gar nicht aus gewissen Gedankenmustern heraus, die beherrschen zum Teil deinen Alltag. Du kannst nicht richtig loslassen, du kannst nicht richtig abschalten, am Abend vor ins Bett gehen, es dreht hier oben. Dieser Bereich von deinem Körper ist am meisten aktiv. Und so würde ich sagen, geht es den meisten Leuten, die wirklich sehr fest im Kopf leben. Der grösste Teil von unserem Körper ist der Körper und nicht der Kopf. Und ist es wichtig, dass wir auch wieder die Energie zurück in den Körper bringen, das entlastet unseren Kopf. Und viele eben oben herunterfahren oder können loslassen oder einfach mal abschalten, hat sehr viel damit zu tun, um wieder in den Körper hineinkommen und den Körper zu spüren. Weil meistens, was passiert ist, dass wir ein bisschen einen Kampf führen gegen unseren Körper. Der Körper muss funktionieren, er muss laufen, er muss Leistungen erbringen, er muss am besten noch schlank und rank sein, er muss Energie haben. Und eigentlich muss er die ganze Zeit nur leisten und arbeiten. Und wenn er einmal nicht leistet und arbeitet und krank ist oder nicht mag, dann fangen wir an gegen diesen Körper zu arbeiten. Und vom Kopf her fangen wir an, uns noch mehr zu dissoziieren von unserem Körper. Darum, wenn du das schon einmal merkst, dass das passiert, wird dir dann bewusst. Andererseits ist es aber wirklich auch so, je mehr, dass du wieder körperliche Aktivitäten machst, desto mehr kommst du in den Körper. Aber ein anderer guter Tipp von mir, auch sehr schöner Tipp, ist, dass du ab und zu in die Massage gehst. Massage holt einen wieder extrem in den Körper. Es fährt einen sehr oben runter, das ganze Nervensystem fährt oben runter und man kommt richtig wieder. Man spürt wieder seinen Körper richtig. Und meistens werden Gedanken auch ruhiger während einer Massage und man kommt am Schluss wirklich so, man ist wieder mehr bei sich. Man hat wieder ein besseres Körpergefühl. Uns allen tut es nämlich gut ab und zu, hier oben auf Null zu schalten. Und einfach wieder einmal im Körper, in den Körper zu spüren, das gibt uns so viel neue Energie, dass wir uns dann wieder ganzheitlich viel besser fühlen. Und meistens eben auch das Leben wieder aus einer neuen Perspektive anschauen können. All das, wo wir das Gefühl haben, grosse Probleme, ich sehe gar keine richtige Lösung. Wenn wir ein wenig den Kopf ausschalten können, in den Körper rein kommen und dann wieder als gesamtheitliche Einheit weitergehen können, merkt man meistens, wo gibt es Lösungen, wo kann ich das Problem von einer anderen Seite angehen. Und das macht einfach alles wieder sehr, sehr viel einfacher und wir bleiben viel flexibler im Umgang mit unserem Leben und was auf uns zukommt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020